Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tageshoroskop am 7. Dezember 2018 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden und welche Tierkreis zeichnen, in welchem Lebensbereich gerade ist. Es ist anderes, anderes als im westlichen Horoskop. Dafür ist aber präzis und übereinstimmt mit der Berechnung von Astronomen. Die heutige Engel nach Kabbalah ist Engel Rehael und hat die Zahl 39. Kabbalah ordnet die Engel, das ist ein System, und beschreibt, dass wir jeden Tag einen anderen Engel haben, der über den Tag herrscht. Und die heutige Engel ist Engel Rehael. Engel der Empfängnis, die Empfängliche, Engel der Kinder, Harmonie und Liebe innerhalb der Familie, Engel der Geheimnisse, hilft uns ein gesundes Leben, ein langes Leben zu umführen und sorgt für Lebenskraft, ein jugendliches Aussehen und hilft uns, unsere Ängste abbauen. Engel Rehael steht in Verbindung zum Merkur. Merkur symbolisiert auch die Kinder. Steht in Verbindung zum Luft, hilft uns von Angst zu befreien, endlich aufatmen und steht in Verbindung zum Tierkreis, seinen Waage. Und das ist die Harmonie, auch innerhalb von der Familie. Hier sind die zwölf Lebensbereiche. In Astrologie nennt man das Häuser, ich mag aber diesen Begriff nicht. Und wenn das möglich ist, vermeide ich, als Häuser zu bezeichnen. Ich betrakte das als Lebensbereiche. Hier ist der erste Lebensbereich und zeigt unsere Persönlichkeit, unsere Selbst, unsere Selbstdarstellung. Bei Sonnenaufgang geht hier in Osthorizont die Tierkreis zeichnen Skorpion auf. Wie ein Sonnenaufgang, symbolisiert auch Sonnenaufgang, also hier wird auch die Sonne sein. Im zweiten Lebensbereich ist die Werte. Die Werte, die Wertschätzung, die Selbstwertgefühl, auch die Finanzen. Und in diesem Platz befindet sich die Tierkreis zeichnen Schütze. Die dritte Lebensbereich ist Medien, Kommunikation, Schulungen, Austausch, Wissen, kleine Reise, kleinere Veränderungen, Verbindung zum Verwandten, Nachbarn, Bewegung in unserer vertrauten Umgebung. In diesem Platz ist die Tierkreis zeichnen Skorpion. Dann kommt der tiefste Punkt des Horoskopes bei Sonnenaufgang. Und das symbolisiert die Basis, die Fundament. Ich vergleiche das immer mit einem Baum und hier ist die Wurzel des Baumes. Hier in diesem Punkt fühlen wir uns verwurzelt. Da fühlen wir uns sicher und das ist unser Zuhause. Und in diesem Platz befindet sich die Tierkreis zeichnen Wassermann. Der nächste Platz, das ist der fünfte Lebensbereich, da sind die Kinder, die Verbindung zum Kinder, Enkelkinder, auch die Empfängnis natürlich. Und hier haben wir die schöpferische Kraft, unser Leben schöpferisch zu gestalten und diese Lebensfreude zu erleben. Und das auch in die Liebe Partnerschaft. In diesem Platz befindet sich gerade die Tierkreis zeichnen Fischen. Dann kommt der Alltag. Den Alltag zu bewältigen, arbeiten, die Pflichten nachzugehen. Auch Gesundheit hängt zusammen, weil wir können nur arbeiten, wenn wir gesund sind. Also auch um die Gesundheit zu kümmern. Und hier befindet sich die Tierkreis zeichnen Wider. Der siebte Lebensbereich sind die Verträge, die geschäftlichen Kontakte, die Verbindungen geschäftlich, aber auch die Ehe und die Partnerschaft. Hier sind die Verbindungen, die wichtigen Verbindungen. Hier ist die Tierkreis zeichnen Stier. Dann sind wir in einem geheimnisvollen Bereich. Das symbolisiert auch die Tod. Manchmal wirklich Todesfällen und erbschaftliche Situation, aber bedeutet das Loslassen. Die Transformation, die Befreiung auch. Auch die Sexualität, das befreit auch. Und auch die Finanzen, nicht in dem Sinne, was Geld einkommt, also unserem Verdienst, der Lohn, sondern hier sind die Transaktionen, die geschäftlichen Verbindungen, das Geld investieren an etwas. Also gehört auch zu Finanzen, hier in diesem Bereich. Und hier ist die Tierkreis zeichnen und dann kommt eine große Reise. Das kann die Weite sein und kann die Tiefe sein. Bei der Weite verstehen wir Ausland, in der Tiefe verstehen wir die Weisheit, die Zusammenhänge des Lebens zu erkennen und die Reise zum Göttlichen. Hier befindet sich die Tierkreis zeichnen Krebs. Die Tierkreis zeichnen Krebs befindet sich wirklich karmisch gesehen auf dieser großen Reise, weil die aufsteigenden Mondknoten befinden sich auch im Krebs. Und das ist die Suche, ihre Aufgabe, Suche den Platz des Lebens. und das ist schicksalhaft. Das sind karmische Wege, schicksalhafte Entscheidungen, gerade bei den Tierkreis zeichnen Krebs. Ganz oben ist die Krone, die Krone des Baumes, das Höchste, was man erreichen kann. Hier bekommt man Ansehen. Oft ist es die Berufung. Hier in diesem Platz befindet sich die Löwe. Dann kommen die Wünsche und Sehnsüchte und Hoffnungen, aber auch Freundschaften und auch Verbindungen zu Menschen, die gleichgesinnt sind. Und hier in diesem Platz befindet sich die Jungfrau und dann sind wir bei den Geheimnissen, das Verborgenen. Und das kann etwas sein, was wir im Geheimen halten sollen. Unsere eigenen Geheimnisse. Hier sind auch die geheime Feinde, dass wir das auch durchschauen, dass wir hinter den Kulissen schauen und die Verborgenen schätzen, die Geheimnisse des Lebens. Hier befindet sich die Tierkreis zeichnen Waage. Sonne ist hier bei Sonnenaufgang, natürlich bei Skorpion, nach indischen Berechnung. Und heute ist Neumond. Also Mond ist genau hier, weil Neumond bedeutet, dass die beiden Lichter sich vereinen. Und Mond ist für uns unsichtbar. Warum? Weil Mond hat kein eigenes Licht, sondern Mond empfängt das Licht von der Sonne. Und wenn sie beide sich treffen, wie heute, dann kann die Sonne den Mond nicht beleuchten, weil es gibt keine Entfernung. Also für uns ist Mond unsichtbar. In chinesischem Astrologie heißt das, der Himmel ist Kaiser und die Himmel ist Kaiserin, zieht sich zurück und wird intim. Das gibt uns nichts an. Und für unseren Alltag, für unser Leben bedeutet das, die Licht zu suchen und finden in unserem Inneren. Rückzug, Nachdenklichkeit, meditative Haltung, damit wir Klarheit bekommen über unserem Leben oder unserem Vorhaben. Mars befindet sich im Tierkreis, zeichnen Wassermann. Hier, im tiefsten Punkt des Horoskopes, Mars ist die Energie, was alles in Bewegung setzt. Hier in Wohnsituation bedeutet das, um unsere Wohnsituation kümmern. Besonders bei den Wassermanngeborenen bedeutet das Veränderungen wohnlich, vielleicht sogar ein Umzug. Aber Mars bedeutet auch der Mann oder die Männer. Und die Männer brauchen gerade die Basis, die Fundamente. Sie ziehen auch zurück. Sie brauchen auch die Kraft momentan. Und auch die Luftelemente, Wassermann, die Freiraume. Merkur ist direktläufig. Also es geht jetzt alles voran. Bis jetzt war rückläufig, war vieles gebremst. Jetzt dreht sich die Richtung und bewegt sich vorwärts. Merkur befindet sich auch in Tierkreis, zeichnen Skorpion. Jupiter vertrete die Gerechtigkeit. Jupiter zeigt unsere Größe, unsere Werte. Jupiter bringt auch Glück. Aber erst dann, wenn wir mit unseren Größen bewusst sind. Aber nicht übertreiben. Jupiter neigt dazu, etwas zu übertreiben. Also das Einschätzen. Richtig Einschätzen. Jupiter befindet sich auch in Skorpion. Venus ist die Liebesplanet und befindet sich hier im Geheimnis, im Wagen. Saturn belehrt uns, im Bereich der Werte und Finanzen. Uranus ist noch rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet alten Themen, steht auch in Verbindung zu beiden Mondknoten gerade. und das trifft natürlich die Steinbock-Geborenen. Das beschreibt die alte Karma und die Krebs-Geborenen, das ist die Neuorientierung. Und Uranus wirkt von Tierkreis, zeichnen Wider. Also haben die Widergeborenen auch karmischen Themen und das beruflich. Neptun befindet sich in Tierkreis, zeichnen Wassermann. Bei den Männern ist vieles momentan unklar, undeutlich. Bei Künstlern ist die Neptun-Energie wunderbar, weil das ist die Inspiration und die Träume. Und das bedeutet auch, dass die Männer sind gerade im Rückzug und sie leben ihre Träume, ihre Vorstellung, aber brauchen einen gewissen Freiraum. Pluto gibt uns die inneren Kraft, die Energie, die Kraft, was alles im Leben hält, sorgt dafür, dass vieles absterbt, was im Weg liegt, was diese Kraft raubt. Das ist der Erneuerungsprozess. Bei Pluto sind wir bei Erneuerungsprozess, befindet sich im Schütze und dieser Erneuerungsprozess, gleichzeitig auch die Lernaufgabe, bei den Schützengeborenen zu ihren eigenen Welten stehen, und die Finanzen verbessern und energetisch hängt das zusammen. Und jetzt noch zu Verbindungen. Sonne und Mond, also dieser Neumond, Sonne und Mond steht in Verbindung zu Mars und Neptun. Mars und Neptun wirken gemeinsam. Das trifft in erster Linie die Männer und bei Neptun Energie kommen die Träume. Aber die Männer brauchen auch den Freiraum, die Luftelement, diese Leidigkeit auch. Aber sie leben gerade ihren Träumen und das möchten sie auch befestigen. Sie sind in diesem Platz die Basis, die Fundament. Aber es kommt Einfluss von außen, von diesem Neumond, auch von Sonne, auch von Mond, und entsteht eine gewisse Spannung. Entweder kommen Einflüsse von außen und das stört diese Ruhe, oder die Männer haben das Gefühl, sie sind entwurzelt und fühlen sich enttäuscht. Sie haben keinen Halt momentan, keinen Freiraum. Das kann auch bedeuten bei diesem Neptun, dass das nicht alles so klar und deutlich also haben ihre Geheimnisse und kommt diese Spannung, dass dieses Geheimnis gelüftet wird. Bei einem oder anderen ist das auch möglich. Aber ich würde mal sagen, dass die Männer brauchen die Fundament, die Sicherheit und Stabilität auch in der Familie, auch in der Wohnsituation und fühlen sich enttäuscht. Wir sind im Rückzug, sie brauchen einen gewissen Freiraum, sie brauchen die Ruhe und alles, was diese Ruhe stört, raubt auch Kraft. Und die Männer fühlen sich gerade kraftlos. Und das war mein Tageshoroskop nach indischer Astrologie und ich möchte noch die Handlesern empfehlen. das kommt auch so gut an. Es sind WhatsApp-Beratungen für 10 Euro. Dazu benötige ich zwei Bilder, einmal von linker Hand, einmal von rechter Hand und bitte die Geburtsdatum dazu schreiben. Falls ihr Linkshändler seid, auch dazu schreiben will, dann muss ich das andere und das Deuten. Mir macht das so Spaß und im Hand sind die ganzen zwölf Tierkreiszeiten, auch die Planeten, alles ist beschrieben unserem Schicksal. Also es ist sehr faszinierend und es fasziniert nicht nur mich, sondern die Nachfrage ist wirklich sehr groß. Aber ihr könnt das Handlesern auch per E-Mail buchen als Blitzberatung. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici Herzlich Willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahre Geheimnisse die Raunechte und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zum Erfahren. Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte eine E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici Medici Herzlich Willkommen in diesem kurzen Info-Video. Ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich. Und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt euren Lebenssituation. Auch was wollt ihr verändern, verbessern. Ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft es die Liebe-Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt. Auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten. Passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritual-Set besteht aus ein Ritual-Kerze. Dann kommt dazu ein Ritual-Öl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu. Zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sterne soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und der zweite Stein wird mit Energie aufgeladen. Die weibliche Energie des Meeres. Und meine persönliche Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nützen, für euch persönlich oder wollt ihr jemanden beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Dendera Susanna Medici.